Heugabel. Ach, damit kann ich bestimmt Heu mitnehmen fürs Schäfchen. Ist nur mit der Tür. Abgeschlossen, genau. Das ist das. Gut. Na, dann Heugabel. Weil hoffentlich muss die... Ich muss die sind eine Art Behälter geben. Ach, konnten wir den Eimer vielleicht mitnehmen? Nein, da wollte ich nicht langen. Wir hatten doch da hinten diesen Eimer stehen. Konnten wir den mitnehmen zufällig? Ich komme aber gar nicht mehr lang, oder was? Jetzt wirkt es ja schon in den Vorseite. Ja doch, hier. Ich frage mich, ob man an dem was für mich wäre. Nee, okay. Offensichtlich nicht. Scheunierend ist mich viel zu gruselig. Ich gehe wieder nach vorne. Können wir das Schaf eigentlich mit dem antiken Messer rasieren? Neue Auszeichnung. Fiesling. Pieke das Schaf fünfmal mit dem Messer. Oh nein. Nein. Ich will das Schaf nicht mit dem Messer pieken. Hey, Moment. Fieke das Schaf fünfmal mit dem Messer. Ich habe das Messer erst gerade einmal auf das Schaf angewandt. Oh, ist das gemein. Das finde ich nicht cool. Ich dachte, es gibt eine positive Auszeichnung. Hey. So ein Dreck. So eine Art Behälter. Ja, aber hier gibt es auch kein Behälter. Hier ist Wasser. Ach so, warte mal. Kann man hier das machen? Nee. Antikes Messer? Nee. Ja, wie kriegen wir denn jetzt das Auto auf? Oder bin ich jetzt ein bisschen blöder geworden? So, gucken wir mal. Also hier scheint wirklich nichts weiter zu sein. Dann gucken wir mal hier weiter vorne. Den Eiern, warte. Hier ist aber nichts weiter. Nee. Ist auch nichts weiter. Hier ist nur das Kader. Aber hier liegt auch nichts. Ja, 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 ja. Vielleicht muss ich das Schaf mit dem Messer pieken. Ich muss das nicht in einer Art Behälter geben. Ach, guck mal. Was ist das denn? Zwei hat ein Riss in der Holzziele verdeckt. Das klingt wohl, wenn ich darauf klopfe. Ah ja. Genau. Zu ein Ticker Messer, das gut sind. Ach ja, Autoschlüssel. Weil der Bauer den Autoschlüssel... Ist Autos... Den Autoschlüssel auch garantiert da unten hat liegen lassen. Wenn das hier so verrottet und alles aussieht, hat er den Autoschlüssel auch bestimmt verdeckt. Ja, egal. Ah ja, genau. Jetzt wissen wir, wie es weitergeht. Korb. Der Korb ist so klein. Ich brauche etwas Größeres. Alter, willst du mich verarschen? Ja, dann hol den Eimer. Muss ich jetzt den Eimer in den Korb nehmen oder so? Voll kaum mehr, hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht. Hä? Ich brauche etwas Größeres. Na, vielleicht brauchen wir das dann für die, ähm... Rolle. Wir probieren jetzt erstmal so. Schere. Das funktioniert nicht. Ja, oder nicht? Okay, dann hängen wir erstmal den Korb da an. Geht auch nicht. Was sollen wir den blöden Schaf denn zu fressen geben? Oder habe ich jetzt gerade im Auto was übersehen? Nee, es ging ja nicht. Es hat... Es hat ja sofort zurückgezoomt, wa? Ja, genau. Ins Auto kommen wir jetzt nicht mehr ran. Ist alles vermust. Kann man das abschneiden? Nee, kann man nicht. Ach, Quatsch. Wie so... Aha. Da hätte ich mal gleich drauf kommen können. Ja, subi, Ventil. Jetzt können wir mal gleich den Krug auffüllen. Der Krug ist auch richtig hübsch. Gut. Damit hätten wir wieder einen vollen Krug. Das ist schön gefüllter Krug. So, das heißt, damit kommen wir jetzt auch nicht weiter. Jo. Haben wir schon mal Wasser? Und Seife? Ach ja. Ich habe schon eine Ahnung, wo wir das hinpacken können. Folgen, anstatt dass wir nicht einfach den Eimer nehmen, mit dem Eimer dahin latschen und den Eimer füllen. Nein, wir müssen das Wasser vorher in den Krug füllen. Kann ich die Seife schon reinpacken? Jo. Jetzt brauche ich nur noch was, was ich da waschen kann. Ja, das wäre wahrscheinlich die Wolle. Aber dazu brauchen wir erstmal was zu fressen für das Schäfchen. Oder, nee. Oder muss ich vielleicht zurück? Kann das sein, dass ich vorher hier zurück muss erstmal nochmal? Weil hier ist ja offensichtlich nichts mehr. Also ich gucke jetzt nochmal alles durch und wenn nicht, dann gehe ich wirklich zurück und gucke mal. Oh, Haufen, Kader. Ja, hier ist ja wirklich nichts mehr. Hier ist nur das Zeug, was ich halt brauche, um jeden neuen Sachen zu machen. Zurück zum Heuschheubohrenhaufen. Scheint so. Na gut, dann gehen wir erstmal zurück. Oh, guck mal. Soll ich die Karte öffnen, um diesen Bereich zu verlassen? Ja. Haus. Ja. Kaffeetisch. Stuhl. Aktuelles. Da, da, da. Ja gut, hier werde ich auch nichts zu essen finden, oder? So eine Zeichnung. Da, da, da. Hier ist auch nichts Neues. Ähm. So, Veranda, gehen wir nochmal gucken. Vielleicht finden wir hier irgendwas noch. Sicher bin ich mir nicht, aber wir können ja mal gucken, was ist das? Ich sollte mich zuerst in den Eindringen, in den Obergeschoss kümmern. Also hier kommen wir nicht mehr lang, so lange. Okay, und im Obergeschoss. Genau, jetzt haben die im Obergeschoss Stroh rumliegen. Oh Gott. Das ist auch offen. Dachbohrenluke, da komme ich nicht ran. Ne, also offensichtlich funktioniert das nicht. Schätze ich mal. Ne, wir scheinen wirklich alles zu haben. Na dann, gehen wir nochmal zurück zum Schweine. Anschauplätze mit Ausrufezeichen gibt es noch etwas zu erledigen. Klick auf das Schweine-Symbol, um dorthin zu reisen. Mit Ausrufezeichen? Da war kein Ausrufezeichen. Okay, also offensichtlich haben wir hier was übersehen. Folgendes ist hier ein Schaf aufgemalt mit dem Pfeil. Wie schön. Ich pieke jetzt das Schaf nochmal mit dem Messer, vielleicht bringt das was. Gewalt ist keine Lösung. Okay. Das funktioniert nicht. Also das Problem ist einfach nur, dass wir das Schaf nicht weiter wegkriegen. Ich muss einer erst in eine Art Behälter geben, wir haben dann noch etwas von dem Korb. Wofür brauche ich denn sonst den Korb, bitte? Wow, ich habe noch nie ein Spinnenrad benutzt, ja, dann wirst du es lernen. Ich bin jetzt gerade... Ach! Bon! Oh, Leute, ja, sorry. Jetzt fühle ich mich dumm. So, jetzt gehen wir mal zurück zum Haus und bringen dem Pfeil die Eier. Einfach mal nur, damit der... Vielleicht kriegen wir ja irgendwas für die Eier. Oh, Gott, wie... Ey. Ja, jetzt könnte ich mich gerade selber so ein bisschen in den Hintern treten. Hier, kriegst du verfaulte Eier? Freu dich. Eier! Miam, Miam! Miam, Miam! Miam, Miam! Gelstock. Zurück zum Flur. So, wo ist denn hier ein Ausrufezeichen? Ach, stopp! Nein! Stopp, 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 stopp. Nein, wir müssen zum Haus. Ach, ja. Ach, ja. Genau, wenn wir mit dem Gelstock jetzt nämlich die Luke aufmachen können. Und ziehen! Falltür herunterziehen. Das ist geil. Dachboden betreten. Obwohl ich sagen muss, dass ich Dachböden immer ein bisschen gruselig finde. Ohne alte Nähmaschine. Ohne alte Nähmaschine, so eine haben wir auch. Unsere sieht auch so ähnlich aus. Ja, genau. Unsere sieht auch so aus, die wir haben. Aber wir haben es so gemacht, dass man das Rad hier oben inzwischen mit Strom betreiben kann. Meine Mutter hat genauso eine Nähmaschine. Ja, meine auch. Was haben wir denn hier? Leerer Futtersack. Ah! Kommode. Schublade aufziehen. Oh, eine Kiste voller Knöpfe. Ob ich die finde, die ich brauche? Welche brauchst du denn? Ach, da. Wofür brauchst du die denn? Da. Heißt das jetzt, dass in jeder Schublade nur Knöpfe drin sind? Was? Okay. Das finde ich schon wieder so ein bisschen krass. Warte, hier ist anscheinend alles drin. Also von Schmuck über Knöpfe und... Ach, du Schwander. Wofür brauche ich denn die Knöpfe? Ach, für die Kleidung bestimmt dann später. Da. Für den kleinen Kobold bestimmt dann noch neben der Knöpfe rein. Ach, das ist ja süß. Das finde ich süß. So, gucken wir mal hier, wie sind die letzten Knöpfe? Die da? Nee. Hä, ach da. Ach, der war ja nur gar nicht zu sehen. Das könnte nützlich sein. Okay. Achso, hier können wir dann die Kleidung sozusagen fertig machen. Oha, was jetzt? In jedem Haushalt ist eine einfache Arbeitsfläche gegeben. Ach, guck mal hier das Bild. Der Kobold war anwesend, als Fiona entführt wurde. Aber wer... Achso, das ist eine Fee. Wer hat denn... Bitte den Kobold. Also wer hat das denn da hingemalt, wenn Fiona ja entführt wurde? Das müssen ja denn die Eltern hingemalt haben oder so. Jetzt wird sich zeigen, ob ich in Hauswirtschaftslehre wirklich aufgepasst habe. Also, scharfmähen, waschen, dann kämmen, dann Spinnrad, dann Stoff, dann hier zurechtschneiden, dann nähen und dann Klamotten mit Knöpfen. Alles klar, kriegen wir hin. Ja, Leute, nähen ist wirklich eine Sache, die dauert ein bisschen länger. Ach ja, irgendwas sagt nun, dass ich diese Stickerei nicht so aussehen sollte. Nee, warum? Äh, ich nähe nämlich selber auch. Also, weil ich ja Cosplayer und so. Und da wird echt, also, was da teilweise an Arbeit reingesteckt wird, das ist richtig krass. Also, was ich jetzt nicht nur bei... Also, jetzt meine Sachen sind eher einfach, weil ich die halt selber nähe. Aber was ich schon bei anderen Leuten gesehen habe, wie viele Stunden die da dran gesessen haben müssen, ey, das ist Wahnsinn. Ah ja. Genau, geöffnete Kiste. Das gibt's ja. Ist auch schön. Aber überall sind diese Bilder von dem bei Fiona und der Kobold waren befreundet. Wer malt die denn dahin? Oder hat Fiona die ganzen Zeichnungen gemacht? Erstens wäre sie dann übelst talentiert im Zeichnen und zweitens... Was ist mit den Eltern? So. Ach so, also immer dahin, wo wahrscheinlich so eine Laterne ist und nicht ein Ausrufezeichen. So, jetzt können wir nicht das scheiß Stroh holen. Warum liegt's hier Stroh, genau. Jetzt können wir dem Vieh endlich was zum Anziehen machen. So, also erstmal Sackhäu. Das Ding. Ach ja. Da drauf hat das Schaf also gesessen. Das kauft so viel. Geh, genau. Ach nee, jetzt müssen wir das Schaf schälen. Ey, ich sch... Ich schere ein Schaf. Es gibt immer ein erstes Mal. Oh, das tut mir voll leid, das Schaf. Ich kann hier gerade offensichtlich so gar nicht scheren. Das System ist aber auch komisch. Sieht aus, als ob ich's vergewaltigt hätte, ey. Das kann so witzig sein, schmutzige Wolle. Vor allem hab ich einfach mal nicht mal das ganze Schaf geschert. Aber gut. Ist okay. Ich hab's auch mal schon mal zugeguckt, als er in so Schafe geschert hat. Man sollte das selber ausprobieren. Das war nicht cool. Hui. Also doch, am Ende konnte ich das Schaf dann auch selber scheren. Aber ich hatte halt tierische Angst, dass ich dem Schaf irgendwie wehtue. Weil das immer rumgezuckelt ist. Und einmal hat der Typ, der das gemacht hat, das Schaf dann auch wirklich so ein bisschen geschnitten. Und das hat leider nicht angefangen zu bluten. War nicht tief oder so, aber ich fand's scheiße. Genau. Fade ziehen. Ich überleg gerade, wie sich das anhören muss. So viele Leute, die sich jetzt das Let's Play angucken. Jetzt hab ich hier so ein Bauernmädchen. Nein. Pedal betreten, genau. Okay, gut. Ich wohne ja auch mehr oder weniger auf dem Dorf, aber halt in der Nähe von Berlin. Ah ja. Aber da gibt's sowas schon mal. Besonders wenn man klein ist, ist das immer sehr spannend, wenn man dann auf so eine Feste geht, wo man sowas selber machen kann, finde ich. So, ich fand's toll. Ich muss nur noch das Muster vervollständigen, um den Stoff fertigzustellen. Wie, jetzt will er das auch noch anmalen? Okay. Äh, du. Ach so, also da kommt blau hin. Da kommt grün hin. Grün. 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 Da kommt gelb hin. Gelb. Gelb. Das ist aber cool. Ich finde es gut. So, jetzt brauchen wir... Jetzt brauchen wir da rot. Kommt da hin. Rot. Schwarz oder grau. Gelb nochmal. Da. So, dann brauchen wir hier immer blau und dann noch orange. Ja.